Pastoratwitzung, Frau Bornemann am Apparat. Wer ist da bitte? Entschuldigung, aber ich habe Ihren Namen nicht. Es tut mir leid, aber könnten Sie bitte etwas deutlicher sprechen? Können Sie nicht, aber... Ach, Frau Siemsen, aber Sie hören sich gar nicht nach sich an irgendwie. Ihnen ist was runtergefallen? Der passt da. Nee, der ist gerade nicht da. Kann ich Ihnen was ausrichten? Einen Moment, ich schreibe Ihnen das auf. So. Frau Siemsen, sind Ihre Zähne runtergefallen und kaputt gegangen. Sie kann darum morgen im Kirchenkorn nicht mitsingen. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken. Sie haben so schon genug um die Ohren, scheint es mir. Also, tschüßtet. Oh, nee. Oh, nee. Das gröf, kein Swin. Das ganze Licht. Na, also, wenn Pastor Bornemann das zu sehen kriegt, dann geht er in die Luft. So. Ida! Was soll das? Au, Wacke! Sind Sie das? Ja, bin ich. Aua, aber ich kann Sie nicht sehen. Na, ich dich auch nicht. Würde ich aber gern. Ja, gewiss. Einen Augenblick. Kostet ja nix. Es werde Licht. Aber sehen kann ich Sie immer noch nicht. Piep. Hoch. Da sind Sie. So ganz allein und dann im Dunkeln. Das war nicht dunkel, bist du da... Ich habe all die Lichter brennen sehen. Und wo Pastor Bornemann uns doch so die Leviten gelesen hat, von wegen Stromsbahn, als er die Lichtrechnung zu sehen kriegte. Ja, und was sehe ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Neun. Neun, Love, Mann. Das läuft nichts wie. Hey, er könnte glatt vergessen, dass er Passe ist. Aber was machst du eigentlich noch hier? Ich dachte, du wärst schon weg. Ich? Ja. Ich warte auf Willi Dirks. Er wollte mich abholen. Aber er ist schon eine halbe Stunde zu spät. Na, der kann was erleben. Wir werden noch... Wir werden noch die Serie verpassen. Wissen Sie... Das ist eine Liebesgeschichte? Und wenn die vorbei ist, dann gehen wir spazieren. Und hinterher, da ist Willi, na, ich will mal sagen, so richtig in Stimmung. Och, letzte Woche, da musste ich ihm tüchtig was auf die Finger geben. Och, aua. Na, Sie sollten sich mal auch einen Fernseher kaufen. Meinst du? Och, klar. Also ich meine, wo Pastor Bornemann... Oh, das reicht, Ida. Ich meine, ich wollte sagen, wo... Wo Pastor Bornemann doch immer so viel unterwegs ist, dann wären Sie hier mal nicht so alleine. Ja, das ist auch wahr. Aber wir können uns das einfach nicht leisten. Och, warten Sie mal, bis wir... Warten Sie mal, bis wir unsere Mäuse im Sack haben. Dann können Sie sich die ganze Stube mit Fernsehern dicht pflastern. Unsere Mäuse im Sack... Haben? Na, Sie wissen doch. Feind hört mit... Sehen Sie, da ist er schon. Na ja, man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Oh, nee, oh, nee. Was wollte ich eigentlich hier? Na, was denn? Och, das geht. Das was? Na, für das... Ach, Sie wissen schon, wovon wir eben gesprochen haben. Ach so, das geht. Ja, ist auch wahr. Oh, geht das nicht ein bisschen schneller, Frau Pastor? Na, einen Moment. Ich glaube, er kommt. So, hier, bitte. Schnell, weg damit. Wir wollen doch nicht, dass Pastor Bornemann dusselige Fragen stellt. Na? Ida, so allmählich glaube ich. Du hältst meinen lieben armen Mann für den Höllenhund persönlich. Oh, nee, nee. Pastor Bornemann, das ist ein feiner Kerl, ehrlich. Ich weiß, dass er auch gute Seiten hat. Aber so ist es eben bei den Pastoren. Ihr Leben lang laufen sie den ganzen Tag in Schwarz rum. Da muss man ja ein Rabbel bei kriegen. Also, seh zu, dass du einen Dreh kriegst. Jawohl. Schande wird neun Lampen an und kein Mensch da. Oh, mein Knöchel, mein Bein. Oh, Licht. Mach mal, Alter, der wird jetzt... Elvira, machst du das? Oh, Licht. Ja. Elvira, was machst du da auf dem Fußboden? Was ist denn hier los? Licht. Ja, gleich. So. Ah, au. Licht. Licht. Ja, Licht. Oh. Das blöde, King Sweet. Au. Ach, Sie sind das. Elvira, bist du... Ich kümmer mich um Frau Pastor. Arme Frau Pastor. Also, Ida, können Sie mir vielleicht auch ab? Also, nein, Sie sind noch nicht an der Reihe. Also, Ida, hilf mir aufs Sofa, bevor ich ihr was in zwei hau. Ja. Also, das eine Bein und dann das andere Bein. Tja, und dann... Und dann, Haller. Ups, Haller, so ist das richtig allerbestens. Ist das nicht, Ida? Du stehst auf meiner Hand. Oh. Na, wer wird sich denn da so angst denn? Ich meine, das tut mir doch genauso weh wie Ihnen. Na, au. Gebrochen hast du dir doch wohl nichts. Nichts gebrochen, aber alles verbogen. Ich hätte mir das Genick brechen können. Keine Brange, der Teufel passt auf seine Leute auf. Ida! Können Sie vielleicht mal still sein? Wenn Sie, Tüffel, nicht das Licht ausgemacht hätten, dann wäre ich... Und wenn du, alter Tüffel, nicht genau denselben Quatsch gemacht hätten... Ach, Prälegate, la Domestique. Ach, Prälegate, ich doch selber. Meinst du, wir sollten den Doktor holen? Oder die Gemeindeschwester? Ich kann auch Fräulein Almut anrufen. Was? Fräulein Almut ist doch beim Roten Kreuz. Wenn du mir das Frauenzimmer ins Haus holst, dann beiß ich ins Bein. Ach, Ida, ich will ja nicht stören, aber könnten Sie vielleicht mal ein Taschentuch unter kaltes Wasser halten? Das ausbringen und hierher bringen? Klar doch, kostet ja nichts. La Domestique! Allez hopp! Allez hopp! Das ist doch wahr! Elvira, muss das immer sein. Allez hopp! Du bist nicht mehr beim Theater. Ach, Friedhelm, ich bin jetzt nicht in der Stimmung für deinen Kirchenschmuss. Du solltest mal lieber sagen, dass dir das leid tut. Was? Na, du siehst doch ein, dass du daran schuld bist, oder? Also, wenn ich ehrlich sein soll, nee. Also, wenn du nicht das Licht ausgemacht... Neun Lampen an und dann kein Mensch hier. Mann, in der Töne, ich war hier. Nicht, als ich reinkam. Samuel, hilf! Ich lag hier auf dem Sofa und habe gelesen. Oh. Wenn das so gewesen ist, dann sage ich Entschuldigung. Danke. Aber ich weiß immer noch nicht, warum denn gleich neun Lampen brennen. Eine Lampe wäre Licht genug gewesen. Weißt du eigentlich, dass du mir zwei Zungen sprichst? Zwei Zungen? Ja. Sonntags in der Kirche heißt es, es werde Licht. Und wenn du wieder zu Hause bist, dann heißt es, es werde dunkel. Ach, Friedhelm, ziehst du mir bitte den Strumpf aus? Der muss aus, bevor da der Verband rumkommt. Ja. Also. Ah! Friedhelm, mein Puschel. Ich habe dich bloß gebeten, mir den Strumpf auszuziehen. Das ist doch erst neun Uhr. Ach, also ich, ich, äh. Ich glaube, du nimmst mich nicht für voll. An dem Tag, wo ich das tue, kann ich mich scheiden lassen oder in der Klapsmühle anmelden. Musst du immer alles durch den Kakao ziehen. Wenn ich sage, dass du mich nicht für voll nimmst, dann meine ich da natürlich diese Verschwendung mit. Der Mensch muss sparen, wo er man kann. Meine Kirche, zum Beispiel. Alle Glocken in meinem Glockenturm haben einen Sprung. Und was dieses Haus hier angeht, wenn wir so weitermachen, dann können wir bald Konkurs anmelden. Ach, Ida, ich dachte, du wirst schon zu Bett gegangen. Ach, nee, Frau Passer, doch nicht an meinen Freienabend. Nee. Oh. Nee. So, dann will ich jetzt mal Krankenschwester spielen, ne? Und Sie, Sie sind die Frau Oberschwester, Herr Passer. So, das Bein. Ida. Ja. Mein Knöchel sitzt ein Stück weiter unten. Da war er auf jeden Fall noch vor zehn Minuten. Das auch wahr. Ich bin aber auch dusselig, ne? Au! Das tut doch nicht weh, oder? Ach, nee, nee. Ich hab mich schon lange nicht mehr so gefreut. Was liest du denn da? Äh, Josefine Mutzenbacher. Josefine Mutzenbacher? Elvira, was hat dieses Buch im Pastorenhaus verloren? Ach, mein Onkel. Der Probst hat das auch gelesen und sagt, das macht nichts. Ah, das Haushaltsbuch. Sei bloß vorsichtig, Friedhelm. Ich bewahre dort das Wirtschaftsgeld drin auf. Vielleicht liegt da noch ein krummeliger Zehnmarkschein drin. Da ist kein Zehnmarkschein drin. Nicht krumpelig und nicht glatt. So, das wäre das. Allerbeste. Ich werde mein Lebtag nicht mehr laufen können, aber trotzdem vielen Dank, Ida. Dein Haushaltsbuch liest sich ja bös, Band. Da kann Ludwig Ehrt sicher noch eine Menge von lernen. Das kannst du sagen. Bitte. Danke. Wollen Sie noch ausgehen, Ida? Ja, Herr Pastor. Treffen Sie noch Willi Dirks? Das habe ich vor. Dann sagen Sie ihm mal, dass ich gar nicht mit ihm zufrieden bin. Ach, Herr Pastor. Ganz und gar nicht. Er ist gestern Abend nicht beim Chor gewesen. Oh, nee. Aber er wollte dahin. Wie nett von ihm. Nur da war er nicht. Och, nee. Wissen Sie, er hatte was vergessen und musste noch mal los in seinen Tunnel. Sein was? Ja, genau. Und darum musste er noch mal wieder nach Hause. Und als er das dann abgegeben hatte, ach, da war es schon so spät. Da hatte das gar keinen Zweck mehr. Da hatte das keinen Zweck mehr? Ach, ich bin überhaupt mit dem Chor ganz und gar nicht zufrieden gewesen. Andere Leute auch nicht. Oh, ich habe nicht gehört, dass ich irgendjemand aus der Gemeinde beklagt hätte. Ich habe ja auch bloß gemeint, dass sie nicht zufrieden geguckt haben. Und Friedhelm, du musst zugeben, wenn du das genau nimmst, war das eher wie so ein Hexensabbat. Mein Ostersinn? Hexensabbat? Ja, mein Puschel. Wenn du hauptvoll Blut und Wunden ansachst und die Orgel spielt dann, ich will einen Cowboy als Mann. Ich will einen Cowboy als Mann. Ich will einen Cowboy als Mann. Da kommt es mir gar nicht auf das Schied. Bringen Sie mir mal bitte eine Tasse Kaffee in mein Arbeitszimmer. Mach ich, mach ich. Ich schmeiß den Kessel schon aufs Feuer. Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Bringen Sie mir eine Tasse Kaffee auf mein Arbeitszimmer. Wieso? Da ist doch nun wirklich nichts dabei. Friedhelm, Ida hat heute Abend frei. Sie hätte schon von einer halben Stunde weg sein können. Ja, und warum macht sie das nicht? Sie wartet auf Willi Dierks. In der Küche nehme ich an. Ja. Mit meinem elektrischen Licht. Oh, nee. Die Lichtrechnung, die ich gestern gekriegt habe. Friedhelm, klingst du schon wieder von dieser verdammten Lichtrechnung an? Das hast du mir alles gestern schon beim Frühstück, Mittagessen und Abendbrot aufs Brot geschmiert. Und heute beim Frühstück und beim Mittagessen? Und vorhin, ich komme hier rein und passe ich eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Neun Lampen brennen. Ach, das tut mir leid und das soll auch nicht wieder vorkommen. Was kann ich denn sonst noch für dich tun? Da fällt mir ein, was hast du eigentlich dieses Jahr für Ostern vorgesehen? Äh, Lammbraten? Eigentlich nicht. Nee, nee. Unser Schlachter hat doch so eine feine Knackhorst. Und wenn wir uns dann noch ein schönes Glas Senf gönnen... Du brauchst gar keine Witze zu machen. Und was ist mit der Lichtrechnung? Was sollen wir uns ein schönes Lamm gönnen, wenn wir das dann im Dunkeln essen müssen? So, hier ist Ihr Kaffee. Soll ich ihn nach oben bringen? Nein, vielen Dank. Da geben Sie sich Erdanke. Was ist das? Kaffee oder Abwaschwasser? Ja, Kaffee. Sonst hätte ich da bis zum Kein Zucker reingetan. Das ist ja drollig. Der kann Kaffee und Abwaschwasser nicht auseinanderhalten. Und du, wer ist das denn? Vielleicht Willi Dirks. Was? An der Haustür nahm der Kriff was zu hören. Willi Dirks! Du, ich hab Dir schon Paus. Sag, Du sollst ihn immer an der Haustür. Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir setzen nun unser Programm fort mit dem zweiten Teil der vierteiligen Vortragsreihe von Professor Hubertus Henke über die Lebensweise des tibetanischen Ameisenbindes. Oh nein. Wer hat mir gerade noch gefehlt? Das ist zu und zu grisig. Ida, ich hab das dritte Programm eingestellt. Wo ist denn das zweite nochmal? Einfach weiterdrehen. Bitte, Frau Pastor. Draußen steht Fräulein Almut. Was? Oh, was will sie? Sie fummelt an ihrer Fahrradlampen rum. Die ist kaputt. Vertreite Jungfrau. Was soll ich dabei machen? Von Ihnen will sie ja gar nichts. Sie will gern, dass der Pastor ein bisschen mit ihr rumfummelt. Wir wissen Bescheid, ne? Na, also wird sie los um Himmelsweg. Och, die gibt nie nicht auf. Sag, Ida, wir sind alle zusammen in Quarantäne wegen Tollwut. Ach, das ist doch wahr, Frau Pastor. Wäre das nicht trollig, wenn es wirklich so wäre. Ich will ja nichts stören. Ach! Tut mir leid, Frau Lanzkippe. Ach, Frau Bordemann. Ach, tut mir leid, Frau Lanzkippe. Sie kann sich nicht verziehen. Ida, hilf mir mal. Das ist gut, zu dreißig. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht los. Ich bin einfach raus. Mein Lieber. Nun dreh das Ding aus, ehe sich das wieder berabelt. Frau Bordemann, haben Sie wohl einen kleinen Augenblick zeigt für mich? Ach, Fräulein, Lanzkippe, tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen für den Sonderbahnempfang. Sie brauchen Sie nicht entschuldigen, Frau Bordemann. Haben wir uns schon daran gewöhnt, dass bei Ihnen alles ein bisschen sonderbar ist. Ich meine, das ist das ja gerade, was den Besuch hier im Pastorenhaus immer wieder so aufregend macht. Was kann ich für Sie tun? Sie wollte ich eigentlich nicht stören. Nee. Nee, eigentlich wollte ich ja den Herrn Pastor stören. Alles klar. Ida, sagst du bitte den Herrn Pastor, dass Fräulein Skippe ihn stören möchte? Kost ja nichts tun. Das wird bestimmt ein wunderschöner Abend, Frau Almut. Fräulein. Fräulein. Skippe, das auch wahr. Ida hat mir erzählt, Sie haben Kummer mit Ihrem Licht am Rad. Das prägt nicht mehr. So, der Pastor kommt gleich. Danke, Ida. Also, wenn wir uns da nicht mehr sehen sollten. Fräulein. Almut, ich sag schon mal Arrivederci. Ja, Arrivederci. Guten Nacht. Sag ich doch. Sie wartet auf Willi Dirks. Also, dass man ist Ihr kleiner Freund. Ist doch richtig romantisch, finden Sie nicht? Frau Bornemann, das Techtelmechtel von Ihrer Dienstin interessiert mich eigentlich nicht. Nicht? Das ist ja schon mal was. Oder einmal nicht verhoffen, Elvira hat sich nicht... Hat sich ein bisschen um Sie gekümmert. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Nee. Besten Dank, Herr Pastor. Oder Abwaschwasser? Ich bin hier nicht zum Kaffeeklatsch gekommen, Frau Bornemann. Ich wollte was von Ihnen, Herr Pastor. Oh, äh, wirklich? Ja, dann will ich euch mal alleine lassen. Nee, nee, Elvira, das tut gewiss nicht nötig. Bitte setz dich wieder hin. Dein Fuß wird niemals wieder besser, wenn du hier die ganze Zeit rumrennst. Och, ich wollte hier ja gar nicht rumrennen, Puschel. Eigentlich wollte ich bloß nach oben gehen, dass Fräulein Skippe dann endlich für dich ihr Herz frei machen kann. In allen Ehren, versteht sich? Was haben Sie denn auf dem Herzen, Fräulein Almut? Ja, also, ich komme gerade vom Gemeindehaus, ich kam da rein zufällig vorbei. Die Konfirmanden, sie waren da am Kartenspielen. Was tun die? Ja, sie waren in meinen eigenen Augen gesehen. Kartenspielen im Gemeindehaus? Und Geld lag da auch auf dem Tisch. Wo ich das doch streng verboten habe. Erst letzten Sonntag habe ich in meiner Predigt, Matthäus 21, Vers 13. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhülle daraus. Was haben Sie denn gespielt, Fräulein Skippe? 17 und 4? 17 und 4? 17 und 4 kennen Sie doch. Nee, kenn ich nicht. Naja, einer hat die Bank, der gibt die Karten. Jeder versucht auf 21 Augen zu kommen und dafür kann man dann noch Karten kaufen. Elvira! Ach, naja, ich habe das mal gesehen, als ich auf Tournee war. Die Techniker haben das gespielt, als sie keine Lust mehr hatten zum Stadtlandfluss. Das passt mir ganz und gar nicht, dass du so leichtfertig über Glückspiels brichst. Und ich werde das in meiner Gemeinde bis auf die Wurzel aufrollen. Kein Sündengeld raffen mit Karten, Pferderinnen, Lotto, nicht mal mit VW-Aktien. Pusche! Was ist denn so verkehrt an VW-Aktien? Das ist auch ein Glückspiel. Und in meinem Haus, in meinem Haus will ich sowas nicht haben. Das war so, das ist so und das bleibt auch so. Ach, herrje. Elvira, du hast doch wohl nicht... Mein Onkel will mir fünf zum Geburtstag schenken. Mein Onkel Albrecht, der Probst. Der Probst schenkt dir VW-Aktien? Ja, das macht er. Das ist so und das bleibt auch so. Der Probst! Frau Eimert, haben Sie Ihnen nicht gesagt, dass ich das verboten habe? Natürlich! Aha. Und was haben Sie dann gesagt? Will ich lieber nicht sagen. Ich gehe nun Stangepä zum Gemeindehaus. Naja, hier und derweg. Als ich wieder rauskam, da ging auch mal mein Licht am Rad nicht mehr. Das hat bestimmt einer von diesen Schnösels mit seinen unegalen Fingern mein Dynamo kaputt gemacht. Nee, doch, das ist ein junges Lied von doch. Diesen Gören werde ich die Leviten lesen. Ja. Dem werde ich was erzählen. Glücksspiel im Gemeindehaus. Und dann auch noch an Fräulein Almuts Sachen rumfummeln. Also, Ida, Ida, Sie können hier so einfach reinplatzen. Was wollen Sie denn? Ich muss mal schnell. Na, geht das nicht ein bisschen leiser? Och, nee, nee, nicht, was Sie denken. Ich muss schnell in meine Kammer. Ich habe was vergessen und Willi sagt, wir brauchen das, sonst geht das nicht. Entschuldigung. Elvira, wenn das Mädchen sich nicht mal ändert, dann muss sie gehen. Oh, Puschel, nur mal langsam. Sie hat doch ihren freien Abend. Und sie will doch mit ihrem kleinen Freund ausgehen. Das kann ja sein, Mann, ich glaube... Ach, ich war damals auch immer ganz aufgeregt, wenn ich mit dir ausgehen wollte. Das gehört dir nur nicht her. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, nicht auszudenken, wenn ich ihn verbummelt hätte. Entschuldigung. Ich muss nur schnell wieder zu meinem Willi, sonst platzt der noch. Ah. Und noch einen Zwutsch, Herr Pastor. Das hätte ich mir schon fast gedacht. Also wir, wir sehen uns dann ja wohl nicht mehr, ne? Dann mal, ähm... Gute Nacht. Elvira, auf Elvira. Puschel, wenn du sie jetzt rausschmeißt, dann musst du sie noch für den ganzen Monat bezahlen. Äh, äh. Herr Pastor! Ich muss nun zum Gemeindehaus. Und über das Mädchen reden wir, wenn ich wiederkomme. Wenn du wiederkommst. Was? Na, du kennst doch diese jungen Leute heutzutage, wo die doch so schnell mit den Fäusten zur Hand sind. Ich habe auch zwei Fäuste, wenn es darauf ankommt. Wie wäre das, wenn Fräulein Skibbe dir ihre Fahrradkette leid? Denn wäre das ja vielleicht doch besser, wenn einer von uns beiden mitgeht. Aber mit mir könnt ihr nicht rechnen, mein Knöchel. Oh, Frau Pastor, Frau Pastor, stellen Sie sich bloß... Oh, shit, die sind ja immer noch da. Das ist doch wohl... Ich weiß, ich weiß, Geld ist nicht alles. Morgen früh haut sie... So, und ihr beiden müsst nun auch los. Ja, wollen wir herpuscheln? Herr Pastor! Und was auch passiert, hinterher bringst du Fräulein Skibbe nach Hause, nicht? Was? Na, so ganz allein und dann ohne Licht. Ohne Licht? Brennt nicht mehr. Ach, am Rad, ja, ist klar. Ja, dann ist ja nun alles in Ordnung. Ich war mal raus mit euch beiden und rein ins Vergnügen. Herr Vira! Wie tut das nicht aufs Vergnügen? Da bin ich mir nicht so sicher. Können wir, Fräulein Almut? Aber natürlich, Herr Pastor! Ja, also... Also, auf der ganzen Welt... Auf der ganzen Welt findest du keine Frau mit mehr Verständnis als mich. Und du keinen Mann mit mehr Geduld. Ach, Puschel, du bist ein Schatz und ich hab dich lieb. Gib mir ein Seiden! Aber Fräulein Almut bist doch... Ach, Fräulein Alm! Aber wir, nicht die Brille. Oh! Oh! Das tut mir leid, aber ich hab meine Handtasche hier vergessen. Ich sage bloß noch schnell Tschüss zu meiner Frau. Lassen Sie sich mal nicht stören. Aber passen Sie auf Ihr Beine auf! Ich kann warten, bis ich eine Reihe beende. Gewiss doch, Fräulein Skibbel. Elvira, ich glaube, das hast du mit Absicht gemacht. Ach, einen Söden gebe ich immer mit Absicht, das weißt du doch. Och Elvira, das hast du doch bloß gemacht, um voll ein Einmut verlegen zu machen. Ich, ich, das nützt ja doch nichts. Ich muss los. So. Och, vielen Dank, Herr Pastor. Entschuldigung. Tschüss, Elvira. Nee, nicht noch mal. Tschüss, Bursche und viel Vergnügen. Sind Sie alle weg? Ja. Ist das nicht aufregend? Also, ich bin völlig aus dem Häuschen. Sie wissen ja nicht, was passiert ist, aber wenn Sie das zu wissen kriegen... Was ist denn passiert, verdorre ich noch mal? Tja, ich hatte schon Angst, Sie kriegen Ihren Mors überhaupt nicht mehr hoch. Ida! Aber ich gucke erst mal nach, ob Sie auch wirklich weg sind. Oh, also, ich glaube das alles gar nicht. Ja, ach, hier sind wir los. Ja, dann kannst du mir ja nun vielleicht mal erzählen... Nee, Frau Pastor, ich nicht. Das muss Willi Dierks Ihnen erzählen, ne? Willi? Willi? Ja? Hier ist mein Willi. Wo denn? Na, da. Na, also hol ihn rein. Jawohl. Nun hör mir mal zu, Willi Dierks. Nun denk an das, was du in der Tanzschule gelernt hast, ne? Und noch was, ich weiß, dass du aufgeregt bist, aber... Ey, nimm deine Hände aus den Taschen. Ja. Herr Willi Dierks. Na, und Herr Willi. Ja, du, Saffa. Ja. Ja, setzen Sie sich doch, Herr Willi. Tja, ja, nur mal zu. Ach, Willi. Also, denken Sie sich da mal nix bei, aber... Er kann seine Füße nicht voreinandersetzen. So hibbelig ist er. Hibbelig? Ja, gucken Sie ihn noch, ah. Aha, na ja, dann nehmen Sie sich doch einen Stuhl. Tut mir so leid, Frau Pastor, er ist immer ein bisschen hibbelig, aber ansonsten ist er wirklich die... Nee, 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 nicht den Stuhl. Das ist der Stuhl von Herrn Pastor. Ach, wenn dann Willi lieber den Stuhl möchte... Ja, setz dich in diesen hier, der wird ihm schon gefallen. So, und nun denk daran, noch bist du kein Millionär, ne? Also, möchten Sie was zu trinken? Ja. Nee, Frau Pastor. Aha, na ja, also dann, äh, warum sind Sie denn so hibbelig? Ja, nur mal zu. Erzähl dir das mal, ne? Jo. Das rummelt im Karton. Wir glauben, das rummelt im Karton. Ja, wir glauben, das rummelt im Karton. Aha, das freut mich wirklich, wann ich verstehe es sich. Aber Willi, was rummelt und wo? Hä? Na, tut mir leid, aber ich verstehe überhaupt nicht, wovon ihr redet. Siehst du wohl, das kommt aber raus, wenn man das so eilig hat. Eilig? Wenn du dir doch ein bisschen mehr Zeit lassen würdest. Er meint doch wegen des Totums, Frau Pastor. Das was? Na, Sie wissen doch, Sie geben mir doch jede Woche das Geld für Willi. Ach so, das Toto. Ja. Ja, nur mal zu, erzähl dir das, ne? Aber langsam, nicht wieder in so einem Schmiedsgalopp. Och, das rummelt im Karton. Wir glauben, das rummelt im Karton. Oh, Sir Gott, nee, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Nur mal langsam. Willi glaubt, dass wir was gewonnen haben in unserem Toto. Stimmt das? Jo. Ja, dann mal nix wie hin. Und wenn wir was gewonnen haben, dann bringst du das Geld gleich mit. Nix wie hin. Den ganzen Weg nach Hamburg. Hamburg? Was redest du denn von Hamburg? Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich soll doch hin und das Geld mitbringen. Ja, klar, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber Ida, das Toto ist nicht hier im Dorf? Hier im Dorf, Frau Pastor. Och, großer Gott, nee. Sag nicht, das ist so ein richtiges Glücksspiel. Ich habe gedacht, das wäre für die Dorftombola, dass der Fußballverein einen neuen Wahl bekommt oder die Feuerwehr einen neuen Schlauch. Och, ich hatte doch keine Ahnung. Also, wenn wir was gewonnen haben, dann müsst ihr mein Teil auch behalten. Ach, ihr wisst ja noch gar nicht, ob wir überhaupt was gewonnen haben. Wann kommt denn das raus? Morgen früh. Wenn Willi das im Sonntagsblatt nachgeguckt hat, ne? Bis jetzt hat er das ja bloß am Radio verglichen. Und die, die rappeln, das war ja immer so schnell runter. Verglichen? Ja, den Schein. Willi hat doch den Schein. Wo hast du ihn? Was? Den Schein. Ja, nimm mal zu, Willi. Ja. Gucken Sie mal, Frau Pastor. Das hat Willi getippt. Das sieht aus. Ich meine, das könnte Ottos Vaterunser auf Chinesisch sein. Danke. Ach, und wenn diese Krähenfüße an der richtigen Stelle sind, dann haben wir was gewonnen. Ja, Frau Pastor. Willi, was meinst du? Wie viel könnte das sein? Ja, Frau Pastor. Oh, Willi. Letzte Woche waren das genau 16.000 Marks. Tofu. Töfu. Ah, oh. Willi, was ist denn da? Ich mache es ja immer wieder. Erina. Pass mal. Was ist denn da? Ja, Pass nur. Komm. Komm. Ja, Pass nur. Keine Angst, ich bin doch bei mir. Komm. Oh. Sie dürfen nicht wegsachen. Hören Sie mich. Oh Gott. Sie dürfen nicht wegsachen. Nee, so. Ach, nun ist er doch weggesagt. Wie? Letzte Woche sagst du, waren das 69.000 Mark? Fünf Braschen und acht Pfanne. Oh, Frau Pastor, Frau Pastor, ich weiß gar nicht, Frau Pastor! Oh, was ist denn? Was ist los? Oh, nee. Nun ist sie auch weggesagt. Jo! Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, wenn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Das ist alles, was ich auf dem Boden gefunden hab. Kost ja nix. Ach, halt fest, Ida, bevor mir das runterfällt. Wie? Was? Na, mit ihren Nerven? Ist heute auch kein Blumenpott mehr zu gewinnen. Ach, was soll ich denn machen? Ich hab schon ne halbe Flasche Baldrian eingenommen. Ach, hier ist das alles einerlei. Oh! Oh, nein. Wisch ein bisschen den Staub ab und dann stell den Kram ins Regat. Dann können wir bloß noch beten, dass mein Mann nichts merkt. Sie haben dem Pastor noch... Sie haben dem Pastor noch nix erzählt von... Von dem Toto? Oh Gott, nee, natürlich nicht. Und er hat nicht gemerkt, dass sie momentan nicht ganz momentan sind. Ach, er hat da selber genug Kummer mit, dass er selber nicht ganz momentan ist. Und ich hab ihm in den Ohren gelegen, dass er heute im... Im Bett bleibt. Naja, also wenn er jetzt schon klöderig ist, dann geht er uns bald ganz kaputt. Wieso? Also wenn er das zu wissen kriegt von den 69.000 Marken. Wir dürfen kein Wort darüber sagen. Zu niemandem. Noch nicht. Nicht er, wir rausgefunden haben, ob wir wirklich... Naja, du weißt schon. Ist das nicht gräßig? Also, wenn ich nicht bald reden darf, dann... Dann... Dann platze ich. Ja, platzen kannst du meine Wege, aber nicht reden. Oh, das... Das tut mir leid, Ida. Das hab ich nicht so gemeint. Also, ich glaub ja, wenn Sie mit dem Pastor reden würden, so von Mann zu Mann, dann... Mann zu Mann? Ach, das ist auch wahr. Ich weiß auch, dass ich mit ihm reden muss, wenn es so weit ist. Aber ich will mich doch nicht für nichts und wieder nichts in die Nesseln setzen. Also, warten wir es mal ab, bis wir wissen, ob wir wirklich was gewonnen haben. Ich hab da die ganze Nacht dran denken müssen. Also, ich stink nun bald vor Geld. Dann kann ich mir jetzt endlich einen echten Nylon-Pelz-Mackel kaufen, ne? Nylon-Pelz? Meine liebe Ida, du kannst dir dann für jeden Tag in der Woche einen Nerz kaufen. Auch. Und einen Diamant-Diadem, dass dir die Haare beim Autowaschen nicht ins Gesicht fallen. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Von Tina. Wann kriegen wir denn Bescheid? Ach, Willi, guck nochmal vorbei, bevor er in die Kirche geht. Aber ich glaub nicht, dass er dem Kirchenchor heute ne große Hilfe ist. Ach, schon liebe Zeit. Er ist so hibbelig, dass er Floten verkehrt rumhält. Mir fällt gerade ein, wir kriegen ja noch Besuch heute. Mein Mann kann nun wirklich nicht den Gottesdienst halten. Darum kommt Pastor Bertzbach. Den müssen wir ja auch durchhüttern. Ja. Und segne, was du uns beschert hast. Amen. Na, ich mach noch schnell die Betten. Und dann müssen wir beide in die Küche. Das ist auch wahr. Ach, wir sind ja beide nicht gerade die größten Helden am Herd. Das ist auch wahr. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Von Tina und Marina. Oh, oh, oh. Oh. Feierter. Passt doch ein Bild zum Wasser, Bornemann. Hallo? 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 Wer ist da? Ida? Meilezeit, Ida, ich hab sie gar nicht gesehen. Aber ich hab sie gesehen. Warum sind sie nicht ans Telefon gegangen? Oh, ich hab nichts gehört. Entschuldigen Sie die Störung, wiederhören. Wie spät ist es? Ach so, etwa, in etwa halb zehn. Wenn Pastor Bertzbach kommt, dann... Was? Wo bist du denn, Mädchen? Oh, rühren Sie mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Spielt Sie hier was decken, oder was? Ich wollte sagen, wenn Pastor Bertzbach kommt, dann will er vielleicht vor der Kirche noch was heißes trinken. Kost ja nix. Aber bitte kein Abwaschwasser. Tja, das ist aber auch ein schöner Schiet, dass Sie heute nicht selbst den Gottesdienst halten können, nicht Pastor? Ja, das ist das wohl, ja. Tja, ich mein, das war ja auch zu und zu schön gestern. Tja, erst hüpfen Sie und Fräulein Almut, wie die jungen Kälber am Mai-Tag aus der Tür raus. Hüpfen? Und liegen dann gleich wieder als Astor und Swine da auf dem Sofa und sagen, ich pieper nicht, Papi. Ida! Und im Blatt heißt es dann in so einem Fall, mitten aus der Blüte des Lebens gerissen. Wo ist meine Frau? Mitten in der Blüte der Bettwäsche. Wenn sie runterkommt, muss ich dringend mit ihr reden. Ja, ja. Also kein Mensch kann sagen, dass Sie sich nicht tüchtig gegen die Schlechtigkeit in der Welt zur Wehr gesetzt haben. Ich habe mich nicht gegen die Schlechtigkeit in der Welt zur Wehr gesetzt. Ich bin über Fräulein Alm um Ihr blödes Fahrrad gefallen. Wer es glaubt, wird selig. Ach, ich, ich... Wo kommt das denn her? Wo? Das fragen Sie mal. Das tue ich doch gerade. Ich sage nix. Was sagen Sie? Nix. Meine Zeit, was macht diese Frau hier? Ja, was soll sie da schon machen, ne? Ich sehe selber, was sie macht. Aber warum macht sie das auf meinem Regal? Ida, gucken Sie sich das bloß mal an. Na, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass mich sowas aufregt. Ich meine ja, bei Ihnen als... Doch wollen wir mal sagen, als Mann, da ist das eine ganz andere Geschichte, aber... Wie kommt das Ding hier her? Ja, und wo sind die ganzen anderen Sachen, die gestern noch hier gestanden? Ja, also sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie... Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie, ich sehe nichts. Warum um alles in der Welt stehen hier alle diese neuen Sachen rum? Weil die anderen innegrütt sind. Innegrütt? Was soll das heißen? Nein, 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 nein. Nicht beim Scoutwischen, das ist durch ein Malheur passiert. Malheur? Das ist wahr, Malheur. Ich brauch wohl nicht fragen, wer dieses Malheur gehabt hat, oder? Oh, ich nicht. Elvira? Elvira! Frau Pastor weiß schon Bescheid. Aber sie weiß noch nicht, dass ich nur auch Bescheid weiß. Meine Frau hat das letzte Mal ihre schützende Hand über sie gehalten. Elvira! Au! Oh, aua, aua! Was ist denn, Friedhelm? Kommst du bitte Stunde P nach unten? Augenblick noch! Ich habe gesagt, Stunde P, Elvira. Und wenn ich Stunde P sage, dann meine ich das auch so! Das wird höchste Zeit, dass ich mal zeige, wer hier der Herr im Haus ist. Das kann schon angehen, aber wollte sie das nicht wie beim Sitzen tun? Ach so, Friedhelm, dein Wein, du solltest, wie wir... Habe ich ihm auch alles schon gesagt, Frau Pastor. Elvira, ich weiß Bescheid. Ida hat alles zugegeben. Du liebe Zeit, Ida, wie kommt es ihm los? Ach, nee, Frau Pastor, ich hab nix gesagt. Nun, fangen Sie nicht auch nur das Lügen an. Wenn Sie doch bloß Ihren Sabbel halten könnten. Willst du bereut sein, du Kräuter? Nicht, solange ich noch Luft zwischen den Zähnen habe. Aufschluss jetzt, lauf der Lurie doch mal! Elvira, ich will nicht, dass dieses Frauenzimmer hier noch mehr Katastrophen in Gang sind. Ida, aber das war doch nicht Idas Schuld. Ich gebe zu, das war Idas Idee. Das war Idas Idee? Ida, haben wir Sie nicht so rum. Frau Pastor? Ja? Es könnte doch sein, dass das Telefon klingelt. Ja, dann gehen Sie doch ran! Ja, es klingelt... Drrring, drrring, drrring. Ja, Pastorat Büzung, Fräulein Ida im Apparat. Falsch verbunden, tut mir leid. Was soll ich denn machen? Elvira? Ja? Bin ich nun ganz und gar durchgedreht. Habe ich das recht verstanden? Ida hat die Idee gehabt, dass du das tust, was du dann getan hast? Ja, so war das, Schatz. Ida hat die Idee gehabt und... Ja, ich... Ich habe mir da dann auch gar nichts bei gedacht. Das musst du mir glauben. Ich habe gedacht, einmal... Einmal in der Woche wäre das doch mal nett. Und dann habe ich das getan. Was war das? Ja. Du hast gedacht, das wäre doch einmal in der Woche nett, wenn du die ganzen Sachen auf dem Regal zerdepperst? Ja. Sachen? Zerdeppern? Zerdeppern? Elvira! Ida! Gott, ja nichts! Hat man sowas schon gehört? Zerdeppert alles, was ich glaube, dass es mal ganz nett ist. Sie sind ja super armselige Nippesfiguren. Wenn wir vielleicht neuen... Was, die zählen? Ich muss hier rickern und mich schanden, äh, schanden und mich ricken... Rackern und schinden. Ja, warte, wegen auch das. Ja. Ob du das auch noch nett findest, wenn ich dir jede Woche was abziehe, bis das alles bezahlt ist? Und ihnen werde ich auch was von ihrem Lohn abziehen, junge Frau. Was, ja nichts! Kein Wort mehr! Das ging auch für dich. Schluss der Debatte. Gott sei Dank. Ich gehe jetzt in die Küche, wenn du das aus... Ida! Puschel dein Bein, du sollst doch nicht so viel rumrennen. Kleine Sünden bestraft, der liebe Gott sofort. Am besten legst du dich gleich wieder ins Bett. Aber Fräulein Almut kommt doch noch. Oh, dann lieber nicht ins Bett. Oh, Haftkoppasser. Na, das war ja gräsig. Ich hatte schon Angst, die würden sich verplappern. Sei lustig, denn wir stehen jetzt noch die Haare zu bergen. Wo ist meine Zweite? Ach, kostet ja nichts. Ida, die Haustür. Das auch wahr. Na, wollen wir mal sehen, welcher Teufel jetzt schon wieder in die Hölle will. Vera, das nützt nichts. Das Mädchen muss aus dem Haus. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ist gut. Gleich nach dem Kaffee. Das ist, Willi, der barmherzige... Der barmherzige Samariter. Nun wird's Tag. Tag. Warum sind Sie nicht im Bett? Das ist auch wahr. Sie haben doch gewusst, dass ich so schnell wie's man geht kommen würde. Ja, da habe ich Angst vor. Nee. Nee, ich meine... Ich hatte Angst, die würden gar nicht mehr kommen. Kostet ja nichts. Kein Mensch soll mir nachsagen, dass ich mich nicht um meine Patienten kümmere. Der Schüssel mit heißem Wasser, frisches Handtuch in Pastor Bornemann sein Schlafzimmer. Und mach das Bett fertig. Dann tippee. Ich kriege Pastor Bornemann nur ins Bett. Und da bleibt er liegen. Und wenn ich ihn da festbinden soll... Na, dann mal zu. Fräulein Almut, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Herr Pastor, das ist mein Gebiet. Wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, Buschel, ich glaube, Mutter... Schwester, Almut weiß am besten, was gut für dich ist. Wat mutt dat mutt. Popo will die Heier. Eins, was recht ist. Ja, und ich muss mich nur um das Mittagessen kümmern. Ach, sind Sie zum Essen auch noch hier, Fräulein Skibbel? Kommt ganz darauf an, wie weit wir beide denn sind. Ja, das kann ich verstehen, ja. Hey, Mira! Ist doch nun mal hierhin. Also, ich glaube, Ihre Frau, die sieht gar nicht, wie ernst das mit uns beiden ist. Steigend. Der Kopf. Lass es mal... Ja, das will mir überhaupt nicht gefallen. Mir auch nicht. Das Bein, zeigen Sie mal her. Au, 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 oh Gott. Hey! Zurück! Wenn nur einer hier reinkommt. Au, verreffend ich. Oh, ja, ja, ja. Wie ich mir das schon gedacht habe. Da müssen wir was bei... Au, 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 au! Sieht gar nicht gut aus. Au, 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 au! Kommen Sie doch mal ein bisschen entgegen. Sagen Sie mal eben, sind wir vielleicht ein bisschen düsig oder zwimmelig? Haben wir vielleicht eine Gehirnerstüterung? Gehirnerstüterung. Ich nicht. Was? Ich nicht! Ich nicht! Ich meine, das könnte ja auch sein, dass Sie dann bumms, batz umfallen. Ja, aber halt. Kommen Sie mal eben her. Wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen. Also, das Bett ist fertig und wartet schon. Was? Das Bett ist fertig und wartet schon. Was? Das Bett ist fertig und wartet schon. Aber was bürgen Sie denn so? Das ist ja alles in der Reihe. Au! Na, wenn wir flotten. Ja. Dann mal ab ins Bett mit uns. Dann mal viel Spaß. Frau Eimuth, das sehen Sie mir nicht verkehrt. Wenn man das genau nimmt, dann sind Sie ja eigentlich mein Schaf. Was? Das zu meiner Gemeinde gehört. Der Schaf. Mann, ich bin auch Ihre Krankenschwester. Was werden die Leute sagen? Oh! Meine Tracht schützt mich vor allem. Von mir aus brauchen Sie die Tracht nicht. Was meinen Sie? Ich meine, wegen mir brauchen Sie sich nicht schützen. Dass das ein für einmal klar ist, Sie sind mein Patient und ich bin Ihre Krankenschwester. Denken Sie da einfach nicht dran, dass ich eine Frau bin. Das habe ich doch nicht angepasst. Zwei kleine, die Pappen. Ich habe das Sonntagsblatt. Habt ihr gewonnen? Weiß ich nicht. Frau Passa hat auch den Schein. Haben wir gewonnen? Weiß ich nicht. Sie haben doch den Schein. Ich habe ihn nicht. Er hat ihn. Du hast ihn. Ich habe ihn nicht. Vielleicht hat der Pastor ihn. Den will ich mal gleich. Hey! Ach, sei nicht albern, Ida. Willi, Sie müssen ihn haben. Ähm... Nee, Frau Passa. Also wann haben Sie denn den Schein das letzte Mal gesehen? Gestern Abend, als ich hier war. Ja, dann muss er ja noch hier sein. Dann lass uns suchen. Ach, die Mähbüde. Ich will das nichts mehr. Äh, Ida. Ja? Haben Sie ihn heute Morgen sauber gemacht? Ach, wenn man so will, Frau Passa, ja. Willi, dann müssen Sie ihn haben. Haben Sie denn schon in all Ihren Taschen nachgeguckt? Du guck nach, du alte Nachtmütze. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ach, nun ist keine Zeit für eine Bibelstunde. Raus aus deiner Jacke. So, ausziehen. Ausziehen. Ach. Oh, Frau Passa. Frau Passa, gucken Sie mal nach. Sie sind ja schon verheiratet. Ida, meint sie vielleicht, dass ich... Naja, die meisten Männer trennen ja die Nahr von dem Futter ein bisschen auf und meint, dass da keiner nachkommt. So, aus damit. Ey, Striptease. Was? Und ich bin der Stripper. Du will ihn nicht. Nicht, Frau Passa. Nee, ganz bestimmt nicht. Ach, herrje. Himbeerbonschen. Die sind für die Kirche. Einen können Sie haben, wenn Sie wollen. Die sehen ja aus, als wenn da schon einer drauf rumgelutscht hätte. Oh, Frau Passa, der denkt immer bloß ans Naschen. Wenn du dich da mal nicht versiehst. Blanke Busen bei Buhne 16? Ja, das ist für die Predigt. Dass die sich gar nicht verkühlen. Oh, nee. Oh, Frau Passa, das kommt bloß davon, weil er als Maker immer unter den nackten Kühen sitzen muss. Deck das weg. Und jetzt, jetzt geht's dir an die Büchse. Da ist nix drin. Ja, das hätte ich Ihnen gleich sagen können, aber Sie hören ja nicht zu. Warum nicht? Weil ich das zu euch gestern gar nicht anhatte. Also, Willi, los, wir stellen jetzt die ganze Stube auf den Kopf. Das geht um 69.000 Mark. Nun, fang an zu suchen, du Pilzkopf. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Nun steckt endlich das dösige Heft weg. Ach, wenn ich vielleicht... Ja. Ach, wenn ich vielleicht mit dem Herrn Passa sprechen könnte. Tut mir leid, das geht jetzt nicht. Der ist gerade zu Bett. Oh. Mit Fräulein Einmut. Oh, ach, verborene Mann. Wenn ich vielleicht... Pastor Bertzbach, Sie müssen entschuldigen, aber ich hab das schrecklich eilig im Moment. Ja, das scheint mal so. Ida, das Kleid, was ich gestern lang hatte, lauf hoch und guck da mal nach. Ja. Willi, komm, wir suchen in der Küche. Pastor Bertzbach? Ja. Essen Sie gerne Mehlbüdel? Nee. Oh, wunderbar. Willi, komm. Ach, junger Mann, können Sie mir vielleicht eben... Keine Zeit! Die Wege des Herrn sind unergründlich. Oh. Wecker unterm Sofa. Gedien. Kaputt. Ach, wo hab ich denn bloß meinen Toto-Schein gelassen? Ach, da ist er ja. Eimsbüdel gegen Werder. Ach, dann brauch ich erst mal ne Zeitung. Ach, da. Na, üben Sie schon das Vaterunser? Kann ich was für Sie tun? Ja, ich such ne Zeitung. Ich will mal... Ich würde gern ein bisschen lesen. Ja. Also da haben wir hier die Botschaft. Jo. Ich glaub, das langt. Gut, ne? Ja, die nützt mir gar nichts. Äh, ich mein, die kenn ich schon. Na ja. Also, wenn Sie dem Pastor Bornemann nicht weitererzählen... ...dann kann ich Ihnen mein neues Fix und Foxy leihen. Fix und Foxy, auch wie nett von Ihnen. Ja, aber Sie haben nicht vielleicht ne... ...ne richtige Sonntagszeitung? Bild am Sonntag zum Beispiel? Oh, nee, Pastor Bertsbach, sieh Sie mir ja vielleicht einer. Sie wissen doch, Pastor Bornemann will auf dem Tod... ...keine weltliche Sonntagszeitung im Haus haben. Und dann auch noch Bild am Sonntag. Äh, nee, nee, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich wollte ja bloß mal gucken nach den... Nackigsten Mädchen, was? Warum auch nicht? Sie sind ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie haben wohl auch mal so Schauer, wa? Was für Schauer? Ich will Ihnen mal was verraten. Willi Dirks, was mein Freund ist, der kaufte sich auch immer. Und? Er singt in unserem Kirchenchor. Ah, das mach ich leiden. Ja, ne? Er nimmt das Blatt dann immer mit in die Kirche. Er sagt, dann ist die Predigt nicht so langweilig. Na ja, er kann Ihnen die Zeitung ja mal ausschleihen. Och, die Gemeinde, die kriegt da nichts von mit, nee. Die sind alle zusammen blind wie die Maulwürfe. Sind ja nur drei da. Hast du ihn nie da, Frau Pasta? Nee, Frau Pasta. In der Küche ist er nicht. Also muss er hier sein. Wir müssen hier also doch alles auf den Kopf zählen. Ach, Pasta Herzbach, ja. Ach, wollen Sie nicht erst mal nach oben? Wieso? Ach, Sie wollen sich doch sicher waschen und umziehen. Für die Kirche. Zweite Tür links. Äh, vielen Dank, wenn Sie meinen. Ja, das meine ich. Der Chor ist ein bisschen langatmig beim Singen. Zweite Tür links, sagten Sie. Ja, nicht die erste. Da sind mein Mann und Fräulein Skibbel zugange. Ja, ich verstehe schon. Dann sind wir los. Nun können wir weitermachen. Ja. Lida, siehst du auch, was ich riech? Ja, Frau Pasta. Der Speck in der Pfanne. Nee, ich hab das Gas voll aufgedreht. Nun ist der Speck auch noch in Moors. Nun steh hier nicht so rum wie so ein Ölgötze. Zieh deine Weste wieder an und die Jacke. Ich hab Frau Bornemann ganz schön an der Nase rumgeführt mit meinem Anzug. Ganz schön plitsch, ne? Ja. Oh, Willi, der Scheun, der muss hier doch irgendwo sein. Was ist das denn? Willi, da ist er ja. Ja, oh, ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Das ist er doch. Ja, das ist er. Oh, Willi, Willi, ich find's toll. Oh, ja. Oh, Willi, Willi, komm, Willi, doch nicht am kleinen Vorbedarf. Willi, oh, Willi, und nun steck ihn schön weg, bevor einer kommt. Guten Morgen. Hast du das nachfacht? Ja, das tut mir ja leid, aber ich wollte ja nicht stören. Bruder Bornemann, Vater im Himmel. Bruder Berzbach, bringen Sie mich schnell hier weg. Schnell hier weg? Ja, mein bester Herr Kollege. Das Frauenzimmer da oben. Sie haben mir meine Hose weggenommen. Sie können sich nicht vorstellen, was sie mit mir vorhat. Sie will absolut mein... Nee, sagen Sie das nicht. Ich darf ihr nicht wieder in die Hände fallen. Sie kennen sie nicht. Ich meine, sie meint das ja gut. Ja, aber mein bester Herr Kollege, wo wollen Sie denn gerne mal melden? Bringen Sie mich zum Hühnerstall, ja. Zum Hühnerstall? Sofort? Da wird sie nicht nach mir suchen. Ja, aber ich glaube, für den Hühnerstall haben Sie nicht das richtige Zeug an. Da drin wird sich gewiss was finden, was ich mir antüle. Ja, antüle. Ja, das ist nicht. Nee, das ist nicht. Geh da wieder an der Warte. Oh, ja, was ist nicht? Ja, was ist nicht? Du, da hängst du hoch. Was hast du Bornemann? Was ist Bornemann? Ja, meine, bitte noch mal. Ich darfst du, was ist Bornemann? Was ist hier? Hast du Bornemann voll in einem? Ja, in seinen Schlagzimmern ist er nicht mehr. Dann ist er vielleicht... Nein, da ist er auch nie. Da komme ich gerade selbst her. Ich meine ja mal in seiner Arbeitstube. Nein, oben ist er nicht mehr. Ich habe das schon überall nachgebrochen. Pippe! Das ist ja gräulich, ne? Komm, Paxmo, das ist doch ganz und gar nicht gräulich. Das sieht so aus, als hätte er eine akute Amnesie. Oh, das kenne ich. Das... Da habe ich letzte Woche auch eine akute Amnesie. Was denn? An meinem linken Ellbogen. Aber ich schnacken Sie doch kein dummes Zeug. Er muss doch hier runtergekommen. Seine Arme sind ja nicht gesehen. Hey! Ja! Frau Wollemann! Ihr Mann! Ganz und gar verbrannt! Ihr Mann! Verbrannt! Ganz und gar! Ach, Frau Wollemann, sind Sie nicht ganz klo? Ich rede doch von dem Speck für die Mehlbüdel. Schwarz wie Teerpappe und die Küche blau von Rauch. Was mache ich nun bloß? Fünf Leute am Tisch. Ihr Mann ist verschütt gegangen. Also bloß noch vier am Tisch. Also ich habe ja schon immer gewusst, dass Leute vom Theater nicht ganz dicht sind. Und darum sage ich das nochmal, Frau Wollemann. Ihr Mann ist aus seinem Bett weggelaufen. Das geht hier um Leben und Tod. Ja, Frau Wollemann. Frau Wollemann, Sie meinen, Ihre Mutter kann uns mit der Schweinewacke aushelfen? Schweinewacke? Frau Wollemann! Ich glaube, schnell war rüber und frag sie. Ach, Frau Leinskippe, können Sie ihr da nicht rasch ihr Rad leihen? Oh, das Rad leihen doch, wenn die Vertreter dir meinen Rad anpackt. Ach, da musst du zu Fuß laufen. Aber um Himmel, Sie willen, denk daran, wir brauchen das zum Mittag und nicht zum Kaffee. Ja. Ich stelle jetzt das ganze Haus auf dem Kopf. Und wenn ich ihn hier nicht finde, dann lasse ich ihn von der Feuerwehr suchen. Ja, so machen Sie, was Sie wollen, aber bringen Sie die Feuerwehr nicht zum Essen mit. Oh, pass' da, wir haben ihn. Was? Den Schein, Willi. So, hier hast du die Zeitung. Und nun guckt er schnell nach. Was warten wir noch lange, ne? Kirchen! Ich muss los! Hey, jetzt nicht! Ich bin an der Reihe, die Lieder anzuschlagen. Wir wollen das jetzt wissen. Jetzt nicht, Ida, die Schweinewacke. Ich guck erst bei der Predigt mehr. Willi! Ach, geh hier mal auf, das geht schneller. Willi! Ida, was ist jetzt mit der Schweinewacke? Ja, 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 ja. Alle, hopp! Alle, hopp! Hey, hey, er ist verschüttet. Du musst die Feuerwehr nach ihm suchen. Ach, Frau Lansky, wir wollen Sie bitte so freuen. Frau Bonner, mein Ansehen als Krankenschwester steht auf dem Spiel. In unseren Statuten steht. Es ist absolut verboten, seinen Patienten vor seiner völligen Verwesung zu verlassen. Vor seiner völligen Genesung zu verlassen. Aufhören mit der Bimbelé. Meine wiege Nummer. Sie schüttt mit der Bimbelé, aufhören! Was soll das denn? Ja, das ist nix mit Kirche. Bis wir den Pasta wiedergefunden haben. Das ist ein Notfall. Das geht nun vor. Sie schüttt mit der Bimbelé, aufhören! Aufhören mit Willen! Ida, was ist jetzt mit der Schweinebacke? Ich wollte gerade los, Frau Pasta. Auch wenn wir erst unser Geld haben, dann können Sie sich einen ganzen Laster mit Schweinebacken kaufen. Ich muss doch in die Wehekirche! Frau Bonner! Was ist? Frau Bonner, Ihr Mann! Pasta Pasta? Ja? Ich denke, Sie sind schon in der Kirche. Du, wer das aber höchste Zeit, Frau Lansky will Ihren Gottesdienst absagen. Das können wir doch nicht zulassen, oder? Nein, aber Frau Bonner, Ihr Mann! Hier längst, hier längst, das ist kürzer! Aber Frau Bonner, Mann! Toi, toi, toi und viel Applaus! Oh, das auch. Pastoratbützung, Frau Bonner, Mann. Pastoratbützung, Frau Bonner, Mann. Wer ist da? Onkel Albrecht? Aber was? Wo bist du? In Trullo? Was macht was? Männer, Männer gucken überall nach! Und wenn ich sag's überall, dann mach ich auch überall! Ach, ich will den Bock noch mal tun, Willi! Willi, ich stehe ihn um, wenn wir durch jeden Kugel ausgucken, ach, durch jeden Kugel ausgucken! Entschuldigung, Onkel Albrecht, aber ich kann ja nicht verstehen! Wie geht das zu wie in der Hölle? Na, also, die Feuerwehr ist im Gang. Nee, das Pastorat brennt nicht, bloß der Speck. Ach, na, das ist doch wegen dem Mehlbüdel. Was sagst du? Du hast einen Motorschaden. Du kommst hierher? Zum Mittag? Onkel Albrecht, wann? Jetzt gleich, auf der Stelle! Nee, 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 nee! Das... Hallo? Das war's nicht! Auf Onkel Albrecht! So, komm! Oh, nee! Ja! Oh, nee! Ach, komm zum Essen, der Probst! Dann sind das... Eins, zwei, drei, vier... Elvira! Fünf! Friedhelm, jetzt nicht! Nicht vor Essen! Elvira! Elvira! Ida! Hauptquartier, bitte melden! Ich weiß nicht, wo ich ihn noch suchen soll. Ja, ja, dann bleibt bloß noch das Bratlauch über. Ja, und da suchst du nur alles ab. Wie wollen Sie, dass er da drin ist? Ja, ja, ja. So, erst mal Visier hoch, da liegt so viel das Tritt am Loch. Und ich suche unterdessen Ställe, wo die Feuerwehr ihr Zelt für die Nacht aufbauen kann. Doch, wir mal sehen. Wohin war gelangt, Südenkamm ist abgeräumt. Wir müssen mal sehen, dass sie in den Norden reinkommen. Und dann am besten noch diesen einen, den Westenweg. Den können wir von links nehmen. Und deswegen gehen wir hier nochmal so rüber. Oh, Willi, Gott sei Dank, dass du noch hier bist. Ich habe Ida zu ihrer Mutter geschickt. Kannst du so gut sein und hinterherlaufen und sie fragen, ob sie... Frau Bornemann, Willi hat absolut keine Zeit. Aber das ist sehr wichtig, Fräulein Skibbel. Und dass ihr Mann vor Schritt gegangen ist, ist wohl nicht wichtig. Nee, ganz und gar nicht. Ach, so lange ich weiß, wo er steckt. Sag ihn da, sie soll, wenn's geht, zwei Schweinebacken mitbringen. Wir kriegen noch mehr Besuch zum Essen. Ja, und beeil dich ein bisschen, ganz eilig. Jo. Frau Bornemann, du langt mir das aber. Und denn, Fräulein Skibbel, ich muss Sie freundlich bitten, dass Sie Ihr ganzes Big Bear Moose auf der Stelle einbauen. Big Bear Moose? Ich muss ein Hauptquartier haben, von wo aus ich die Feuerwehr dirigieren kann. Im Hühner-Style können Sie meinetwegen so lange dirigieren, wie Sie wollen. Also, haben Sie denn überhaupt kein Herz im Leib? Wenn's Ihnen da zu kalt ist, dann machen Sie sich das Rotlicht für den Küken an. Rotlicht? Also typisch Hausbiasme. So. Also, ich meine, da schnacken wir doch über diesen Fall. Das ist doch nichts vor Ende. Ich bin nicht da, gehen Sie weg! Das ist eigentlich ein Alpern. Ich bin da. Ich hab schon gedacht, du bist Fräulein Almut. Er hat unseren Kleiderschrank oben abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Willst du jetzt Theater spielen? Theater? Freunde, Mitbürger, Römer. Hörst mich an. Begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen, ob's edler im Gemüt. Ach, Romeo. Es war die Nachtigall und nicht die Lärchen. Nun ist nicht die rechte Zeit zum Theaterspielen. Wo ist Fräulein Almut? Keine Angst, die hab ich in den Hühner-Style geschickt. Oh, tja. Ist das wahr? Ist das klar. Erstmal hab ich ne schöne Tasse Kaffee für dich gekocht. Kaffee ist nun nicht stark genug. Du weißt doch, was der Doktor gesagt hat wegen meines niedrigen Blutdrucks. Ja, ich hab ein Fliederbierlikör. Der wärmt von Kopf bis Fuß. Pastor Berzbach ist in der Kirche? Ja. Ich will hoffen, er ist nicht der Einzige. Lass dir, Mann, keine grauen Haare wachsen. Ich weiß, das Geschäft läuft schlecht. Geschäft? Beviere, ich bitte dich. Aber das wird schon wieder. Kopf hoch und fest Vertrauen auf den Fußball. Himmel. Friedhelm, stell dir bloß mal vor. Der Himmel würde dir jeden Wunsch wahr machen. Und mir auch. Was meinst du? Ich mein, stell dir bloß mal vor. Der Himmel würde das Licht bezahlen und all die anderen Rechnungen und Farben und Tapeten und Kissen für die Kirchenbänke, dass die Leute sich nicht mehr quesen am Moos sitzen. Und ein Herd, der selber kochen kann. Eine Waschmaschine und für dich ein neues Auto mit Bremslichtern und Sicherheitsgurten. Oh, mehr fällt mir gerade nicht mehr ein. Ach, Friedhelm, stell dir bloß mal vor. Der Himmel schickt uns all diese Sachen. Was würdest du dann sagen? Ich? Vielen Dank, würde ich sagen. Würdest du den Kram annehmen? Annehmen? Klar doch. Friedhelm. Na, wenn das doch von oben kommt. Ja, Mann, dein Chef macht sich ja ab und zu auch mal so einen kleinen Spaß. Was? Na, ich wollte mal bloß sagen, dass man nie wissen kann, was der Himmel sich so einfallen lässt. Was der Himmel sich so einfallen lässt? Fräulein Skippe, zum Beispiel. Du hättest auch nicht gedacht, dass sie dich ins Bett stecken würde. Das war nicht der Himmel, das war die. Und nun kommt auch mal ganz unvermutet Onkel Albrecht zum Mittagessen. Onkel Albrecht? Der Probst? Der darf mich so nicht zu sehen kriegen. Elvira, du musst mir sofort ein paar Büchsen besorgen. Ja, der Mann los. Elvira. Aber doch nicht hier. Oh. Frau Bornemann. Frau Bornemann. Frau Bornemann. Oh Gott. Frau Bornemann, in der Kirche ist niemand. Ist nicht wahr? Dein Chor kann die Gemeinde. Ja, und den Dübel sind Pumstock nicht. Oh, ich weiß, was das heißt, vor leeren Häusern zu spielen, Pastor Bertsbach. Damals auf der Bühne in Bienenbüttel. Aber machen Sie sich da mal nichts draus. Es tut mir wirklich leid, das mit der Kirche. Wie sieht das denn in Ihrer Kirche aus? Ja, also der Küster und meine Mutter, die kommen jeden Sonntag. Ich gucke mal nach, ob ich nicht noch eine abgelegte Hose in irgendeiner Kiste auf dem Dachboden habe. Machen Sie sich da mal ein bisschen komodig, nicht? So eine Zoga hat ja was. Könnte ich mich direkt angewöhnen. Oh, nein. Schick muss das Handermut. Frau Pastor Bornemann, ich bin wieder da, aber ich habe... Pastor Bertsbach. Kennen Sie sich mit dem Fahrrad aus? Was meinen Sie? Ich meine, können Sie das wieder heil machen? Wissen Sie, Fräulein Almut wollte mir ihr Rad nicht geben. Und da, da habe ich mir das selbst ausgeliehen. Und jetzt, jetzt ist die Kette kaputt. Ja, Mann, ich kann nicht mal einen Nagel in die Wante hauen. Brauchen Sie ja auch nicht. Langt ja, wenn Sie die Kette wieder heil machen, ne? So. Also, ich muss das hier nun schnell zu Frau Bornemann bringen. Ja. Sie ist ein bisschen eine Bredouille. Ja. Ach, und Pastor Bertsbach. Also, wenn Sie unserer Frau Bornemann gefallen tun wollen, ich meine, wenn Sie Ihnen beim Mittagessen ein Stück Schweinebacke rüberlangen will, dann sagen Sie doch ganz einfach, oh, nee, vielen Dank, ich habe keinen Hunger. Hm? Eine Schweinebacke, die Bühne in, in Bienenbüttel, die sind ja hier verrückt, die gehören ja alle zusammen in die Klapsmühle. Bruder Bertsbach, Sie haben nicht rein zufällig noch eine Hose mit? Ich gucke doch noch mal im Schrank nach. Ach, und Pastor Bertsbach, nichts! Mann, in der Tür, Sie sind ja nervös wie so eine Katze beim Jungen. Soll ich Ihnen eine Burdel-Baldrian bringen? Och, ich habe Ihnen ganz was anderes mitgebracht. Was? Bild am Sonntag. Die wollten Sie doch haben, nicht? Das ist die von meiner Mutter. Hm? Ach, und Pastor Bertsbach, also, ich habe Frau Bornemann gesagt, was Sie sagen, wenn Sie sagt, nun langt man durch dich zu. Ach, das wird sie Ihnen nie nicht vergessen. Ach ja, mein Totoschein, wo habe ich den? Ach, ist ja auch wahr. Na, nur gediegen. Also, ich weiß doch ganz genau, also, ich hätte wetten können, dass ich Ihnen hier... Ach, wenn Sie gerade dabei sind, dann können Sie auch noch ein kleines Vaterunser für mich mitbilden. Ach, und Pastor Bertsbach, vielen Dank für die Schweinebacke. Ach, da ist er ja. Ach, also, und ich hätte wetten können, dass ich Ihnen... Na, ist ja auch egal. Ach, da ist er ja auch egal. Ach, Bruder Bornemann, wollen Sie weg? Bruder Bertsbach, wieder alles in Ordnung? Ach, Bruder Bornemann, was für ein Segen, was für ein Himmelsgeschenk. Ich könnte singen. Ach, was soll ich? Ich könnte tanzen. Nun singen und sei froh. Oh, 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 oh. Dürfen Sie tun, oder was? Nee, noch nicht. Ja, auch alle, unser Sohn. Herr Pastor Bertsbach. Bruder Bornemann, Bruder Bornemann, ich glaub, nun ist das passiert. Was ist passiert? Na, das Glück, das, das haut nicht um. Ja, das scheinen wir auch so. Was denn für ein Glück? Na, beim Toto. Wobei? Toto. Na, Mensch, Fußball. Ach, das tut mir ja so leid. Aber die Freude ist mit mir durchgegangen. Ach, tu das, Dolby. Soll ich Puss? Will Sie mein Haus nicht mehr sehen? Und nehmen Sie das Sündengeld mit? Ja, aber das habe ich doch noch gehandelt. Ich will nichts zu tun haben mit Ihrer schändlichen Gier nach Geld und Gut. Mir langen die Krümel, die der Herr mir zuteilt. Ja, wenn ich mal einen Krümel hätte. Bruder Bornemann, lassen Sie mich das erklären. Keinen roten Pfennig von dem Geld werde ich in meine eigene Tasche stecken. Haben Sie schon mal Lass gehabt mit dem Holzbock? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ach, die ganze Kirchendecke ist voll von diesem Holzbock. Bei dem Gottesdienst, da fallen schon nur die Holzbeene von der Decke auf meine Gemeinde. Ich mag schon gar nicht mehr beten. Herr, öffne uns den Himmel. Weil ich Angst habe, dass dann die Decke runterkommt. Da müssen Sie sofort was tun. Ach, habe ich doch. Ich habe gesammelt drei Monate lang. Und alles, was ich zusammengekriegt habe, waren zwei Groschen und Büchsenknopf. Aber das habe ich nicht an die große Glocke gehängt. Haben Sie eben Glocke gesagt? Ach, ja, wieso? Ich brauche nämlich ganz dringend neue Glocken. Oh, ich habe auch schon eine Stiftung in die Welt gesetzt. Ah, Stiftung zur Förderung der Freunde des Bützumer Glockenspiels. Ich habe zu der Gemeinde gesagt, tun Sie sich mal keinen Zwang an. Und das haben Sie dann auch nicht getan. Ach, dann sitzt ja bei uns beiden das Kirchenschiff-Obschied. Tatsächlich mal. Sie, Bruder Bornemann. Und dann habe ich immer wieder von all dem Geld gehört, was man mit dem Toto gewinnen kann. Ja, und da habe ich getippt. Das heißt, Sie haben gar nicht für sich gespielt. Man bloß für den Holzbock. Genau. Ja, und das ist doch nichts Schlimmes, oder? Ja, also ich glaube... Ja, und wenn das stimmt, dann habe ich mehr als genug. Und sogar noch was über. Über? Ja, für andere wichtige Sachen. Meine Glocken. Bruder Bertsbach, wenn das so ist, dann nehme ich Ihr Angebot an. Ja, äh, angeboten? Ach so, ja. Oder nicht? Na ja, meinetwegen. Also ich meine, ich habe schon mal so gedacht. So ein Motorroller, der wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Motorroller? Für die Seelsorge. Motorroller für die Seelsorge? Na klar, warum nicht? Also was ist nun, haben Sie gewonnen oder nicht? Ja, ich habe bisher bloß einmal kurz geguckt. Ja, dann müssen wir mal nachgucken. Wie macht man das? Na ja, hier, aus der Zeitung. Ach so. Hallig Pastor nackt auf der Reeperbahn. Ja, und hier, der Schein. Wie sieht so ein Dings denn aus? Hier, da macht man den... Was ist denn? Wer ist das? Wer? Nee, komm entlang, weg, weg, gehen Sie rein. Wieso, weg, gehen Sie rein? Was? Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Keine Worte, geh, 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 geh! Oh, nee, nicht schon wieder! Elvira? Friedhelm? Hübscher Garten? Hübscher Garten? Elvira? Friedhelm? Friedhelm? Oh, harte Pups! Wirklich hübscher Garten! Wirklich hübscher Garten? Ah-haa! Josefine Mutzenbacher! Aha! Josefine Mutzenbacher! Wirklich hübscher Garten! Wirklich hübscher Garten! Und wir wollen nicht verweilen! Wir getreu den Garten! Für uns alter Mann! Es wird Vaterland! Hallo? Hallo? Ist da jemand? Niemand! Doch! Saint Pauli! Was sagt's, ja! Ich hätt' ihr schwören können! Ja, ich hätte schwören können, dass ich das richtig hatte. Ich hatte unentschieden. Unentschieden? Ja, unentschieden. Aha. Aha. Elvira! Bruder Bornemann! Ja? Ah, ha! Bruder Bornemann! Die wollen Sie bitte schnell mit zu Willi kommen! Oh nähe Willi, das darfst du nicht tun! Oh, Willi! Tu das doch nicht, Willi! Aha! Bruder Wiseln! Bruder, bruder, bruder! Bruder, bruder! Hauptquartier, bitte melden! Meine liebe Elvira, entschuldige bitte, dass mein Besuch nur von so kurzer Dachern, besonders nach dem herzlichen Empfang. Aha, dir und deiner Familie alles Liebe und Gute. Dein dich liebender, etwas ratloser Onkel Albrecht. Bist du nass? Onkel, ach nee, was schön, dass du schon hier bist. Elvira! Bester Onkel, machst du gerne Mehlbühle mit Schweinebacke? Kannst mich mitjagen. Oh, ach meine Zeit, und hat mir denn keiner gesagt, dass du schon hier bist? Ich glaube, die hatten das alle so eilig. Ich hab geklingelt, aber die Haustür war offen, und da bin ich reingekommen. Ja, das war Plich. Ich weiß nix nicht. Ach, bester Onkel. Und ja, was ich noch sagen wollte. Ach, setz dich doch. Joche, vielen Dank. Ja, tut mir leid, wenn ich nicht so ganz bei der Sache bin, aber... Oh, für mich? Entschuldigung. Frau Pastor Bornemann, bitte. Oh, euer Gnaden. Seid ihr, Frau Pastor? Was ist denn wieder? Können Sie mal ganz schnell mit zu Willi kommen? Willi? Aber ich kann jetzt nicht... Er sagt, wenn er... Ach, hören Sie mal schnell weg, euer Gnaden, ja? Aha. Er sagt, wenn ein Toto... Wenn ein Toto nicht gewonnen hat, dann... Oh, dann will er sich... Oh, nee. Oh, ja. Wo ist Willi denn? In der Küche. Wenn er sich noch nicht um die Ecke gebracht hat. Ich komme sofort. Vielen Dank. Ach, euer Gnaden. Oh, Willi. Ich... Ich bin gleich wieder da. Ach, das ist ja mal nett. Guck mal. Onkel Albrecht wünscht mir alles Gute. Aha. Meinet liebe Elvira. Nee, oh nee, oh nee. Blankenese gegen Göttingen 05, 1 zu 1. Vorwärts gegen TSV Braunschweig. Lassen Sie sich nicht stören. Zwei zu zwei. Zwei zu zwei. St. Pauli gegen Vorsatz. Aha. Kurzfassung. Ich... Ich... War... Da. Onkel... Albrecht. Da. Oh nee, Willi. Das darfst du nicht tun. Das darfst du einfach nicht. Ach bitte, euer Gnaden. Sagen Sie ihm, dass er das nicht darf. Aha. Das dürfen Sie nicht, mein Sohn. Was siehst du wohl? Der Probst... Ich mein... Och, der Vize vom lieben Gott, ne? Der sagt auch, du darfst das nicht. Mann, ich war... Oh, Willi. Ach, du hast uns vielleicht einen Schreck eingejagt. Wieso? Ich war wegen dem Spritzenhaus. Ich wollte endlich diese Plönen loswerden. Das heißt, du wolltest dich gar nicht um die Ecke bringen. Ist das nicht grisig? Willi Dirks, das werde ich dir nie nicht vergeben. Ich werde dir auch nie nicht vergeben, Ida, dass du uns so einen Schreck eingejagt hast. Ach, Onkel Albrecht, machst du mir eine Tasse Kaffee? Na, vielen Dank. Du erzählst, wir haben gewonnen und dann haben wir das gar nicht. Tee? Du hättest erst mal selber nachgucken sollen, bevor du mir das erzählst. Ach, wir dachten, dass wir so um ein Uhr zum Mittagessen... Ich war mir ganz sicher, dass ich das alles richtig habe. Wie kann das denn alles richtig sein, wenn das doch verkehrt ist? Und das ist doch wohl verkehrt, nicht? Und wenn das verkehrt ist, dann kann das ja wohl nicht richtig sein. Das sehen Sie doch auch so, euer Gnaden. Ja, es ist aber auch zu und zu schön, dass du mal wieder hier bist. Doch, wenn ich das ein bisschen früher gewusst hätte, dann... Hey! Ja. Du hast grade gesagt... Ich hab gesagt... Oh! Mach das nicht nochmal, das vertragen die Nerven vom Probst nicht. Aha. Das ist richtig! Was? Meine Zorn, die sind richtig sachig! Oh, Willi! Wenn das nicht so ist, laufe ich die Wand hoch! Nee, das musst du nicht! Frau Bornemann, kump' sie mal! Kump' sie und kump' sie selbst! Was? Aber, Willi, ich versteh' da nichts davon! Das sind alles Chiroglyphen für mich! Tut mir leid, dass ich so dusselig bin! Mangenitten! Oh! Oh! Entschuldigung, euer Gnaden! Sie können doch sicher gut lesen, ne? Wollen Sie? Also Gott, zwar Dori, ne! Onkel Albrecht ist doch ein Probst! Ich glaub' er ist gar nicht so streng! Tun Sie der kleinen Ida einen kleinen Gefallen! Was soll ich machen? Oh, ich hab' gewusst, dass er das macht! Sie sind ein Schatz! Oh! Vielen Dank! Können Sie mir nun mal klipp und klar sagen, dass ich... Ja, aber erstmal bleiben Sie mal ganz fein sitzen! Machen Sie sich das ganz, ganz, ganz gemütlich! Ja, so mach' ich das leidend! Willi, hier, setz' ich an die Seite von euer Gnaden! Ihr beiden sitzt da nur erstmal warm und trocken! Und ich, du Kist, ich setz' mich hier hin! Sie sind jetzt unser Swatter-Glücksbringer! Aha! Haben Sie schon mal ein Papagei gehabt? Nicht, dass ich wüsste! Ich will mir einen kaufen, wenn das geklappt hat! Ist das wahr? Ach, Willi, willst du nun nicht dem Probst erklären, wo er dir behelfen soll, wenn er da eben Lust zu hat? Ja, Entschuldigung! Also, das geht um Fußball, jo? Fußball? Schon mal was von gehört? Feiner Sport für starke Girls! Menzana in corpore sano! Wir auch was für dich, mein Junge! Wird dir gut tun! Spiel ich doch schon! Ich steh' im Tor, wenn's trocken ist! So, und ich mein', wenn es regnet? Dann bleib' ich zu Haus! So! Denn es passt so bohren immer an der Reihe! Oh Gott! Ich bin doch nicht hier! Willi! Ich versteh' du nicht, aber er! Aber ein großes Lächeln ist er nicht! Willi! Mann, er sieht schmuck aus, wenn er sich so in den Cheat schmeißt! Müssen Sie sich mal angucken! Ich würd' ihn mir wirklich gern mal angucken! Aber er spielt heute nicht! Nee, äh, Fußball nicht! Ich würd' gern mal ein paar Worte mit ihm sprechen, wenn er fertig ist mit seiner... ...Antacht! Äh, was genau? Also! Sehen Sie all diese Normen hier? Und die Zahlen dahinter? Also, die Normen, das sind die Mannschaften, klar? Jawohl! Und die Zahlen, das sind die Tore, klar? Also, ich sag Ihnen nun die Normen und Sie suchen denn die Zahlen dazu! Kriegen Sie das hin? Ja, ich will's versuchen! Och, das mach' ich gleich! Denn, Mann, sind Sie fertig? Spiel eins! Tos Hamburgs Berber! Wie ist das ausgegangen? Och, mir scheint ganz ordentlich! Die Zahlen! Wir brauchen die Zahlen! Ach so, die Zahlen, klar! Ja! Tos Hamburgs Berber! 2 zu 2! Ja! Ja! Haben wir gewonnen? Ich hab doch gewusst, dass ich recht hatte! Euer Gnaden, da kann man sehen, dass Sie studiert haben! Das freut mich aber, dass ich Ihnen ne kleine Freude machen kann! Auf den Weg noch, Meister! Euer Eminenz! Wir sind noch nicht fertig! Nicht? Nee, noch lange nicht! Also, wo waren wir? Arminia, VfL Osnabrück! Arminia, VfL Osnabrück! 4 zu 4! Ja! Ja! Schon wieder unentschieden, Frau Bohnemann! Ist er nicht ein Funskerl! Ja, du bist ein Funskerl, Onkel Albrecht! Aber verliere nicht den Kopf! Ich glaub eher, du hast deinen Mann verloren! Einspüttel Werder! Einspüttel Werder! Einspüttel Werder! Oh! Oh! Ja, das ist 0! 0 zu 0, Willi! Allerbest! Blankenese, Göttingen 05! Blankenese, Göttingen 05! 1 zu 1! Ja! Schau! Nee! Nee! Ich hab nichts gesagt! Aha! Wollen wir wieder? Vorwärts gegen Braunschweig! Gegen Braunschweig? Nee, das wär mir ganz und gar nicht gefallen! Wo die doch so'n schönen Dom haben! Vorwärts gegen TSV, Braunschweig! Entschuldigung! Zwei zu zwei! Noch drei, Frau Pastor! Oh, das ist aufregend! Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Macht nichts! Wir hätten ja auch was sagen können, nicht? Der Nächste, bitte! St. Pauli-Honzazia! St. Pauli-Honzazia! St. Pauli-Honzazia! Zwei zu zwei! Ja! Bremer SV gegen Lüneburg-SK! Lüneburger Heide! Auf der Lüneburger Heide! Eure Gnaden! Bitte machen Sie das! Vier zu vier! Nur noch der Letzte! Hoi, wir sind hingegunden! Frau Pornemann! Frau Pornemann! Frau Pornemann! So! Nun bin ich ja mal gespannt, was Sie nun sagen! Meine Leute sagen, da läuft ein Mann splitterlackend durch den Wöbel! Und so, wie meine Leute seine Statur beschrieben haben, kann das bloß Ihr Mann sein! Ich will aber nicht fragen, von was für einer Statur Sie reden! Och bitte, Eure Gnaden! Machen Sie doch weiter! Einer noch und wir haben gewonnen! Seidür Minuten und Zwei Pyneburg Moyes chorus! Das war eine Delta-Pollekse credit же… Und dann mal, haben sie denn überhaupt kein Mitgefühl für Ihren armen Mann? Ah ah, be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be! Verzeihung! Also, ich will lernen, dass Sie sich sammte Pee in Ihr Auto setzen und sich um ihn kümmern. Frau Lenzke, jetzt reicht's. Glauben Sie, ich spiele Räuber und Gendarme mit splitternackten Männern im Müllenbruch? Gut, dann mache ich das seltsam. Willi, du holst sofort, passt das Auto auszuschuppen und fährst mit mir zum Müllenbruch. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wir haben Ostenwind. Ja, da trifft Thusenbüdel und Lüttenpint. Stimmt sogar. Frau, 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 Wornemann, geben Sie mir eben was zum Einwickeln. Ich meine, was zum Anziehen. Ach, Wollenske, wenn Sie bloß in... Gut, ich mach das selbe. Geben Sie mir noch die... Ach, Herr Passu! Herr Passu! Warum laufen Sie nicht splitternackendurch den Müllenbruch? Sie ist durchgedreht. Ach, Herr Passu! Noch ein Passu! Ach, eine Schwester im Südwester! Das muss Ness sein! Und Pastor Berg macht so das, denkt ihr also? Wisst ihr, wir haben euch schon vermisst. Ach, ich sag ja immer, Männer bleiben Jungs und werden nie groß. Ach, was habt ihr da denn vor, Herr? Herr Vera, wir haben... Was ist denn da ein Totoschein? Herr Passu! Ach! Du spielst Toto, du? Predigst von Morgen bis Mitternacht gegen Glücksspiel und sitzt dann heimlich im Schrank und spielst Toto mit Pastor Bergspotten. Und Sie, Pastor Bergspotten... Ja, aber Frau Bornemann, ich musste doch was tun. Ja, wegen dem Holzbock und meinen Motorroller. Und meinen neuen Glocken. Ach, ihr Ernsten, so darum habt ihr also. Ja, was ist mit meinem Rad? Also, Leute, das ist vielleicht eine kleine Chance. Oh, da ist einer an der Haustür. Ach, Schiet. Ich mach das schon. Oh, bitte, euer Gnaden, machen Sie doch weiter! Einer noch und wir haben gewonnen! Lesen Sie vor, lesen Sie vor! Nun, was will ich? Die Sinode spricht sich einhellig gegen jegliche Form des Glücksspiels aus. HBC gegen Oldenburg! Der Probespiel Toto! Ich glaube, ich höre nicht richtig. HBC gegen Oldenburg! HBC gegen Oldenburg! 2 zu 2! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Magh indirectly! Oh, Baby! CM! Was ist mit dir? Es geht vor der Tür! Wer denn? Der Herr von der Toto-Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.